Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead. In der letzten Folge wurde Reggie von Bill vom Dach geworfen, also ermordet. Und wir sollen wohl zu Bonnie, wurde uns gesagt. Ah, dann schauen wir mal, was sie für uns zu tun hat. Ah, geil ey, wie die auch einfach nur glauben, was sie glauben wollen. Just, be safe, okay? Now ain't the time to be calling attention to yourself. I need to go find out what happened. Hey Troy, Clem's just gonna take them boys some nails. All right. Go on. Oh man. Oh, Scheiße. Hey, that ain't your concern. Get that stuff over to them boys. Just follow them cables. Übel. Oh, und da sind die ganzen Walker. So 100% safe sieht das für mich auch nicht aus. Das ist ein bisschen Holz. Wenn es genug sind, dann... Ja, schon. Ich meine, gut, klar, oben sind Wachen, aber... I ain't nobody's laborer. Fuck that. Let them do this shit themselves if it's so goddamn important. Get your fucking hands off me, man. You ain't gonna force me to do this bullshit. I said, get your hands off me. Or what? You gonna go tail on me? I'm trying to help you, asshole. Stop fighting. So viel zum Thema. Oben sind Wachen und die könnten vielleicht dann uns auch helfen. Und hau zu! Na, das ist für mich eher so eine... Okay, wir müssen wohl... Okay, 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 okay. Ah, ich weiß, worauf das hinauslaufen soll. Ah, kuh, 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 kuh. Ja, 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 das war so klar. Das war so klar. Oh, das wird für Randale sorgen. Ich sehe das schon kommen, weil wir hier sehen, oh, hier sind welche reingekommen in das ach so tolle Camp. Ein bisschen höher bitte, Cam. Boah, da war mal nicht das Gehirn, oder? Oh, 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 oh. Ist das eine Anlehnung an Dingsons? Ähm. Oh, wixer, ey. Na, wie heißt der denn gerade? Moment, ich muss das ganz kurz nachgucken. Genau, sollte das an Daryl vielleicht anlehnen. Ich finde, der sieht so ein bisschen danach aus und dann die Armbrust. So ein bisschen Fanservice quasi. Woaaah! Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Who the f**k? Ah, ah, stopp! Hey! It's me! Ja, sag doch was! Yes! Mann, bit the hell out of me. Was ist? Oh, oh. Das sieht so fährlich aus. Was ist das? Ja, ich hörte die Leute über das, aber das ist nicht so, okay? Es wird auf diesen Ort, ich weiß es. Ich weiß nicht, wann, aber es wird kommen und es wird bald. Ich habe zu schauen, um dich alle frei zu holen. Aber ich habe noch nicht zu finden. Du fühlst dich okay? Nein, nein, ich meine, ja, ja, sorry. Oh Gott, das ist so schwer. Es ist gefährlich. Es ist gefährlich, wenn du denkst, dass ein Lurker auf dich kommt. Aber ja, ja, ich bin okay. Oh Gott, das ist so schwer. Es ist gefährlich. Die Situation ist gefährlich, aber wir sind jetzt in Ordnung. Das ist das, was wir haben. Wir brauchen einfach einen Plan. Wir brauchen einen Weg, um dich und alle. Luke! Oh, sorry, sorry. Shit. Okay, Troy ain't gonna like you being late. Listen, Clem. I need you to meet me here tomorrow about this time. Cuz I need you to get me one of those radios, okay? Do you think you can do that? Just one of those walkie-talkies. I just need to be able to tell y'all what's going on with them guards. You know, I'll figure out the schedule the patrols are on. I mean, they're all over the place, but I can keep an eye on them for y'all from out here. Look, we ain't gonna be able to shoot our way out of here, so we gotta be careful. Where do I get one? I think they keep them in the stock room. I ain't completely sure, though. Just keep your eyes out for the charging station. Now, they put most of them back on there at night. Remember? You meet me here tomorrow. I'll try and be here around this time, but if I ain't, just wait as long as you can, cuz I really need one of those radios. And just let everybody know I'm alright, okay? I'm worried they, uh... Clementine! Oh, my God. Get out where I can see you. Go on. Get out of here. Oh, goodness. The hell were you doing? Huh? I was looking at comics. There's a whole store full of them. Yeah? No shit. You best not dawdle, girlie. Pull something like that again, and you'll be meeting the back of my hand. Bill Radio wants a word with you up in his office. So get on up there, now! Jaja, ich finde, der hat doch so ein bisschen was von Daryl, oder? Oh, man. Ja, aber immerhin... Jaja, Luke. Ist jeder da? Das finde ich gut. Das ist der... Oh. Oh, man. Ach, was? Geh dir auch. Das ist der... aus der Story mit seinem Kumpel, die im Wald waren. Wisst ihr noch? Ich glaube, wollten die nicht zusammen auch einen rauchen und so? Keine Ahnung, aber... Oh nein, was los? Oh, das war mal ne Ansage. Beziehungsweise ähm... Der hat ihn... Oh, sagen wir nicht, der hat... Alvin! Alvin! He passed out hours ago. He can't hear nothing. No point in making a racket. Ne, da sag ich lieber nichts zu, das ist zu gefährlich. Lieber die Klappe halten, ganz ehrlich. Oh Gott, scheiße, ey. Boah, der ist so durch. Einfach durch, ey. Boah, der ist so durch. Einfach durch, ey. Einfach durch, ey. Der ist so durch. Und so durch. Der ist so durch. Und so durch. Und wir können das hier nicht mehr so durch. Nicht mehr. Nicht mit dem, was wir an der Stelle haben. Ich verstehe. Ich wusste, dass du eine wunderschön bist. Reggie hat uns zu riskieren, mit seiner Incompetenz. Er hat eine Strecke aus Verlangen. Ich verstehe. Das ist eine der schwersten Entscheidungen, die eine schwere Person nicht möglich hätte. Das ist deshalb, dass es die Menschen wie wir, um sie zu schützen, um sie zu schützen. Entstehend? Ich wünsche, dass es anders war. Aber sie sind schützend und wir sind stark. Das ist deshalb, dass es unsere Verantwortung für die Klappe zu schützen. Um sie zu schützen. Das ist ihre Natur, um zu folgen, nicht zu schützen. Ich weiß. Ich muss alles für sie machen. Es ist schützend. Natürlich ist es. Aber das ist die Rolle, die du spielst. Und wir sind mehr als du denkst. Es gibt keine Chance, dass du so lange dauern könntest. Ich wusste, dass du in der Klappe bist. Du hast Angst. Aber du sahst mich direkt in den Augen. Du hast deine Nerve. Das ist das, was wir brauchen. Wenn wir durch das, die nächste Generation werden stärker als die letzte, gehen uns aus. Kinder wie du, die richtige Weise, wie mein Kind wird. Es ist nicht diese Herd, die mich auf mich zu halten. Wir können das. Es ist nicht zu wissen, wenn ich jemanden, das alles zu machen. Aber ich bin nicht mehr worried. All right, jetzt... Bill? Du da? Ja? Ja? Ich bin hier. Die Loading Bay door ist jacked. Troy will wirklich wirklich knock the shit out of it. Wie bad ist es? Rails are tweaked so it won't shut all the way. Ich glaube nicht, es ist eine emergency oder nichts, aber es ist etwas Stan sollte sich sehen, wenn er kann. Ich werde ihn auf es. Out. Das fucking Idiot. Heard auf es weg, und er wird ein Gott sei Dank in meine Tür. Geh zurück nach nach dem Yard. Es ist almost supper. Ich hatte das Gefühl, ich muss ihm jetzt auch ein bisschen zustimmen, einfach damit ich, wie soll ich sagen, safe bin. Ganz ehrlich. Das ist sonst... zu gefährlich. Den will ich nicht, ähm... Der soll mich ja nicht in irgendeiner Art und Weise verdächtigen. Wenn ich mich jetzt schon so auflehne, dann hat er mich... Weil wir alle wissen, wenn wir heute Morgen haben. Ich weiß nicht, was dieser Scheiße wird machen. Also willst du die Nachbarn sagen, weil der andere noch da ist. Also okay. So okay. Oh. Ja. I used to make a lot of the announcements back in the day. I had it flipped on once. Luckily, there wasn't much around at the time to hear it. It was plenty loud, though. That's perfect. We just got to get into his office. Why didn't you say something sooner? Because it doesn't change anything. This isn't a discussion about how to do it. It's a discussion about whether it's stupid. And it's still stupid. The sensible thing is to get Luke the radio and wait for an opening. You're real difficult to deal with sometimes. Can he? No, that's all right. You ain't exactly a peach, either. Why can't we do both? Even if we bring the herd to us, it's probably good for Luke to be able to tell us where they're coming from. You know what? Fine. I can get behind that. Okay, so we get that turd radio. He keeps us posted on the herd's movement. We fire up the PA thing and bring the walkers to roll over this place. And then what? Get some guns and shoot our way out. I don't know. Whatever we can. We improvise. Then that's not a plan. You don't plan to improvise. I figured out what your problem is. You don't think this stuff through. If the end of the plan is just to stroll through a herd of walkers, then you should know from the jump there's no way it's ever going to work. Actually, I do it all the time. Aha. Jetzt kommt's. Ja. Nee, das ist wahr. Das hat der Kämthein auch gefasst. Oh, God. Oh, der Kämthein auch so ein bisschen peepi in den Augen wegen der Sache mit Lee. We just need to use the winch. She can just climb up from there. Then, just drop into one of the skylights over the stock room. There are shelves and stuff for you to land on, so you probably won't fall to your death. Great. That thing breaks all the time. Unless something's changed, it won't support much weight. Come on. Up and at them. Don't push her, Kenny. She's our best bet. I mean that, Clem. Now or never, I guess. Boah, das ist jetzt mal richtig gefährlich. Würde mich nicht wundern, wenn das richtig in die Hose geht. Ach, du Scheiße. Na, das wird ja abenteuerlich. Haben wir nicht irgendwie die Möglichkeit... Ach so, soll es ja funktionieren. Ich wollte gerade schon sagen, so an so einem glatten Seil sich hochzuholen. Ich glaube, nicht so zusehen, dass wir uns hier gleich festhalten. Boah! Holy... Oh, ja. So viel zum Thema Bill sei auch kompetent. Allein so eine Gefahr einfach als, oh ja, wird schon vorbeiziehen, abzustempeln. Das ist doch wahnsinnig. Aber ohne dieses Camp hat er nichts, um die Leute, wie soll ich sagen, weiterhin zu beeindrucken oder weiter an sich zu halten, quasi. Wo ist Exeter? Ich hoffe, ich bin safe, so. Ich hoffe, ich weiß, wie sie so... Aber ich glaube, ich weiß, wie sie so... Aber ich glaube, ich weiß, wie sie so... Das sieht total eknofig aus. Das geht natürlich noch nicht so lange. Und wenn der da ist, müssen wir, würde ich vorschlagen, genau, uns im Greenhouse verstecken, im Gewächshaus. Ähm... Ach, scheiße. Das war natürlich klar. Oh, klemmt ein. Versteck dich! Bitte irgendwo. Oh, ist hier noch irgendwas, wo wir uns... Ach, enter. Jump, jump, jump. Nee, ähm... Ich finde es aber auch so am sinnvollsten, was... Dass wir einfach beide Pläne quasi verfolgen. Nur einen... Ach. War aber klar, dass dann Kenny so darauf reagiert, wenn dann Klimt dann erst mal erzählt, ja, Lee hat mir das gezeigt. Ach, Mann. Krass, wie die bewacht werden. Da wirst du dir bescheuert bei. Okay, Leute. Aber ob ich das schaffen werde, dort hinabzuklettern und ein Radio, ein Walkie-Talkie mitzunehmen, das erst in der nächsten Folge. Also bis dann. Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020